News der Woche Nummero 7 im Jahre 2024 Nürnbergplan eine Schwebebahn. Waschen ist bald vorbei. Es schmeckt nach Haschen. Am Sonntag gab es für die BesucherInnen in Nürnberg wieder einen Frechzug, der ca. 45 Minuten gedauert hat. Diesmal war das Wetter nicht prima, trotzdem hat der Umzug durch Nürnberg stattgefunden. Mit den vielen kreativen Gestalten der Festzüde, den ich durch die Nürnberger Innenstadt mit Kamelle und Allah wurde gefährlich geworfen. Auch dieses Jahr war der Faschenumzug ein voller Erfolg in Nürnberg. Somit ist auch die kommende Woche der Faschen für dieses Jahr soweit vorbei. Die Stadt Nürnberg hat zum Jahresanfang einen voll elektrischen Antriebenen Bestattenwagen in Betrieb genommen. Der städtische Bestattungsdienst mit den Beschaffen seiner ersten Ehebestattung waren ein bedeutendes Zeichen für nachhaltige Mobilität und reaktiv für die anderstrebende Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 bei. Mit einer Motorleistung von 150 kW, 204 PS und einer Reichweite von 356 km sowie einer kombinierten Stromverbrauch von 28,1 kW pro Stunde pro 100 km. Jeder bietet das neue Fahrzeug eine zukunftsfähige Lösung für den Bestattungsdienst und wird nach der erfolgreichen Testphase schrittweise den gesamten Fuhrpark auf vollelektrischen Antrieb umgestellt. Söder hat mit der Stadt zusammen ein Zukunftbauprojekt vorgestellt. Darunter fallen an einer Universität in den Bereichen KI soll in Nürnberg entstehen. Eine Machbarkeitsstudie wird aktuell ausgearbeitet, ob eine Magnetschwebebahn in Nürnberg stattfinden könnte. Und der Dalerie-Kaufhof könnte abgerissen werden, um ein neues Kongressgebäude dahin zu bauen. Wie das alles genau wird, ob das wirklich alles kommt, das erfahren wir in den nächsten Monaten, Jahre. Das waren auch schon wieder die nächste Woche von dieser Woche. Ich sage damit, schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag. Hab eine schöne Woche. Tschüss. 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 Tschüss.